Ich bin am 6. Juni 1924 in einer kleinen Stadt in Georgia in den Vereinigten Staaten geboren. Mein Name ist Robert Keane, meine Familie stammt aus Ireland. Mein Vater ist Kaufmann, meine Mutter macht die Buchhaltung für ihn. Mein älterer Bruder John ist bei den Marines und kämpft im Pazifik gegen die Japaner. Ich musste erst mein Studium abschließen, ehe ich es ihm nachtun konnte. Aber ich habe mich für die Fallschirmjäger entschieden, gehöre zu 101. Airborne, einer für besonders schwierige Einsätze ausgebildeten Elite-Division. Ich glaube, ich werde bald eingesetzt.